Ich bin gerade ein wenig durch den Wind, ich muss mich hier irgendwo um einen Flur stellen, wo ich Licht habe, damit man sich überhaupt sieht. Ich bin ein wenig schockiert, ich habe gerade die Reaktion von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf den Tod von Bin Laden gesehen und bin außer Fassung. Die freut sich darüber, drückt es auch so aus, dass es gelungen ist, Bin Laden zu töten. Nicht ihn gefangen zu nehmen, unschädlich zu machen, ihn irgendwie, keine Ahnung. Sie freut sich, dass es gelungen ist, Bin Laden zu töten. Einen Menschen, der immer noch ein Mensch ist. Gewesen, immer, also keine Ahnung, ich kenne Bin Laden nicht, ich habe nur irgendwelche Scheiße über den im Fernsehen gehört und was weiß ich was. Und irgendwie habe ich den Eindruck, wir will mir immer mehr Scheiße über den erzählen, jetzt dass er tot ist. Und die Frau Merkel darf ein Land regieren, die freut sich darüber, dass es gelungen ist, einen Menschen zu töten. Würde das bedeuten, dass wenn sie die Gelegenheit gehabt hätte, es selber getan hätte? So was darf ein Land regieren? Krass, krass. Aufhängen die Wiederwähler, fertig. Ja, da bist du auch nicht besser. Also, ne, aber sorry, wie kann der denn überhaupt jemand hinterherlaufen? Du müsst aufpassen, dass er sich nicht irgendwann freut, dass es gelungen ist, euch zu töten. Du hast gerade ein Video, oder?